So, einen wunderschönen guten Tag. So, es gibt Neuigkeiten. Ich bin wieder am Lande. Alles soweit sehr gut verlaufen. Aber jetzt Informationen für euch. Ab nächste Woche Montag, den 15. Da starten wir wieder mit den Theorieunterrichten. Ganz normal könnt ihr euch wieder anmelden über die Webseite fahrschule-domnitz.de und dann geht ihr bitte auf die Anmeldung. Die Anmeldung ist immer am gleichen Tag von 7 Uhr bis 17 Uhr möglich. Abstandsregeln ganz normal. Und natürlich, wir können wieder nur zehn Leute in den Unterricht lassen. Das heißt, schnell anmelden und dann seid ihr mit dabei. Unterrichte sind veröffentlicht. Also alle 14 Themen, die jetzt dran sind, sind durchgänglich veröffentlicht. Anmeldung immer am gleichen Tag. Das heißt, von morgens um 7 bis 17 Uhr. Fahrstunden darüber gesprochen. Reinhard hat ja schon einige von euch angerufen. Und ab nächste Woche Montag bin ich selbst auch wieder im Büro. Und Sarah ist generell da. Wenn ihr Fragen habt, ruft an. Ansonsten das zu dieser Information. Und Erste-Hilfe-Kurse starten auch. Der nächste Kurs in Travemünde ist der 23. Allerdings der, für die Leute, die noch nicht angemeldet sind, der ist schon komplett ausgebucht. Aber da werden demnächst weitere Termine auf der Webseite www.erstehilfe-domnitz.de veröffentlicht. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Und Wetter ist ja super draußen. Dann geht es wieder richtig los, auch mit den Unterrichten. Bis dann. Tschau.